Klar will jedes Kind einmal den sehen, der zu Ostern die Eier versteckt. In der Marienplatzgalerie in Schwerin erfüllte sich dieser Traum. Am Ostersonnerbend kam der Osterhase zum Anfassen. Das haben sich auch Kinder mit ihren Eltern nicht entgehen lassen. Natürlich wollten sich viele auch mit dem Osterhasen fotografieren lassen. Die Fotos konnte jeder gleich mit nach Hause nehmen. Der Ostersonnerbend in der Marienplatzgalerie Schwerin, ein gelungenes Familienfest.